Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich war das Kind frommer Eltern, welche ich zärtlich liebte und noch zärtlicher geliebt hätte, wenn man mich nicht schon frühzeitig mit dem vierten Gebot bekannt gemacht hätte. Gebote aber haben leider stets eine fatale Wirkung auf mich gehabt. Mochten sie auch noch so richtig und noch so gut gemeint sein. Als Hermann Hesse vier Jahre alt war, wurde sein Vater nach Basel berufen. Die Basler Kinderjahre hat er im Buch Hermann Lauscher und in der Geschichte Der Bettler mit viel Sympathie zu dieser Stadt verewigt. Als Neunjähriger kehrt Hesse mit seiner Familie nach Kalf zurück. Es begann eine eher unglückliche Schulzeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Basler Kinderjahre hat er in die Geschichte der Stadt die Familie nach Kalf. Die Basler Kinderjahre hat er in der Geschichte der Stadt. Die Basler Kinderjahre hat er in der Geschichte der Stadt.